So Freunde, da bin ich wieder. Ja, ich hab jetzt nochmal in diesem Guide geguckt. Also das ist ja mega versteckt hier. Also ich weiß echt nicht, wie man da drauf kommen soll. Hier oben, bei dem Heiltrank. Oder auch nicht. Hier sollte normalerweise eine Tür sein. Hier sollte irgendwo eine Tür sein, wo ich durch kann. Äh, einen Moment. Ah, hier oben, da ist noch was. Schaut mal. Hier oben, da ist noch was. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Ah, Mist, wer hat mich da schon wieder entdeckt. Was zur Hölle, wo kommt der denn her? Wo kommt der denn jetzt? Hä? Okay, wo bin ich? Also ich war, irgendwie, irgendwie hab ich was gemacht. Keine Ahnung. Irgendwie sieht der mich noch. Okay. Äh, irgendwas hab ich jetzt gemacht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hab ich, bin ich weitergekommen. Äh, ja. Keine Ahnung. Also das ist irgendwie ein bisschen sehr merkwürdig jetzt. Und runter. Und nein. Ah, verdammte Hacke. Ich war wieder zu früh. Ah. Ich hab doch Kreis gedrückt. Warum? So ein Mist. Aber auch hier. Ah. 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 Hau. Ab, du blöder Penner, ey. Was? Ne, irgendwie hab ich was übersehen beim letzten Mal. Weil hier oben ist es offensichtlich. Hier oben. Hier oben, da ist was. Da liegt nämlich auch noch eine Granate da vorne. Schaut mal. Oder komm ich hier nicht her? Ah. Oh, fuck. Okay. Ah. Was? Ne Rauchbombe. Und ne Granate. Oh mein Gott. Was macht... Äh. Äh. Was ist das jetzt hier? Hallo? Was ist das jetzt hier? Komme ich jetzt hier auch wieder raus? Oder... Geht das jetzt nicht mehr so weiter? Komme ich auch irgendwie hier raus? Sagt mal. Oh, die wollen mich doch verarschen. Jetzt mal ehrlich. Die wollen mich doch verarschen, oder? Jetzt sterbe ich hier, oder was? Nein, 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 nein. Wie komme ich hier weg? Moment mal. Wie komme ich hier raus? Ey, die haben mich hier voll eingefangen. Was soll das denn? Hier oben. Ah, hier oben. Ah. Ich verstehe. Sehr gut. Okay. Alles klar. Ja, dann. Äh. Jo. Hahaha. Oh, was ist das denn hier? So, Moment. Warten wir mal, bis die Gegner sich beruhigen. Hahaha. Sehr verwirrendes Level, also. Wow. Ah, ich bin, glaube ich, zu... Oh, mein Gott, wo? 84. Was? Da ist der. Boah. Okay. Und er kommt. Und er kommt. Und... Yes! Nein! Der hat mich schon wieder gesehen. Der hat mich schon wieder entdeckt, hier, dieser Spasti. Oh, der ist stark. Oh, die sind heftig, hier. Ah! Blödes. Blödes Ding. Ey! Mann. Oh. Ja, der Großmeister wird nichts mehr aus. Das ist irgendwie nicht machbar, hier. Keine Ahnung. Ah, schaut mal. Da hinten war ich eben. Ah, okay. Da hinten war ich eben. Ah, jetzt verstehe ich das. Dann gehen wir wieder da hoch. Ah, Rikimaru. Du sollst da hochgehen. Hahaha. Verlass mich jetzt nicht. Mach mich nicht schwach, hier. Ey! Komm schon! Ich weiß, dass du das schaffst. Du bist Rikimaru. Ja? So, jetzt aber. Jawohl. Okay, sehr schön. Gut, dann geht's hier weiter. Ist irgendein Gefängnis hier anscheinend. Okay, krass. Okay. Moment. Ah, nee! Jetzt bin ich wieder hier, oder was? Moment. Jetzt bin ich wieder hier am Anfang. Ah, nee. Das wollte ich eigentlich nicht. Moment mal. Ich habe aber Linksgegner gehört. Moment. Jetzt bin ich schon wieder hier. Haben die hier das, äh, keine Ahnung. Geh wieder hier raus, ey. Ja. So geht's auch, ja. Aber. Geradeaus. Ah, Moment. Oder habe ich hier unten nicht einen gesehen eben? Nee. Nee, nee, nee. So. Ah, jetzt bin ich wieder hier in dieser... Oh, Gott, ey. Bin ich wieder hier in dieser Sackkasse gelandet. Oh Mann, Moment. Ich gehe noch mal kurz zurück. Übelst scheiße, also. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Toll. Lass mich da hoch. Oh, nee. Oh, mein Gott. Shit, 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 shit. Ey. Oh, was ist das denn? Oh Mann. Oh Mann. Geh hier raus, Alter. Ja, das muss irgendwo da sein. Trinkt das nochmal. Irgendeine Tür oder so. Da geht's nämlich nicht weiter. Das ist, das ist alles Sackkasse. Und hier unten, ja, keine Ahnung. Da komme ich halt auch her, ne. Oder? Ah, nee, 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 nee. Hier geht's weiter, stimmt. Moment. Hier geht's weiter. So. Okay. Ah, hier geht's weiter. Ich verstehe. Oh mein Gott. Boah. Das wollte ich da eigentlich nicht, aber. Geil. Okay. So. Ah, er hat ein Medipack. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Sekunde. Das muss ich doch irgendwie mitnehmen können hier. Das kann nicht sein. So, dann wechsel und wechsel wieder, damit ich einen Platz frei habe für das Medipack. Ah, hier geht's hoch. Alles klar. Ich verstehe. Hier geht's hoch. So, aber wo ist der? Da oben. Ah, ich habe ihn gesehen. Ja. Das ist so. Dann gehen wir mit dem Kletterhaken hoch. Er geht weg. Und? Yes, geil. Okay. Sehr schön. Ich habe die Zeichen fast voll. Ah, okay. Wir sind jetzt nochmal woanders. Okay. Oh, was ist das denn? Das sind so Fallen, Alter. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Das muss nicht sein. Danke. So, dann. Da. Aber er geht gerade, oder? Nein, 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 nein. Ja, ja, er geht gerade. Schon klar. Ah. Oh. Oh. Scheiße. Ja, ich glaube, jetzt bin ich tot. Ich komme hier nicht lebend raus. Oh, oder? Wie soll ich das machen? Doch, ich komme hier noch lebend raus. Aber scheiße. Er hat sich nicht festgehalten. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, 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 Mann. Moment. Ich muss ganz hinten hin. Und dann ganz nach oben. So. Und jetzt. Oh, Rikimaru, halt dich doch fest. Ah, vielleicht andersrum. Boah, ich habe hier richtige Schwierigkeiten in diesem Level. So, jetzt. Oh, nein. Ah, verdammt. Scheiße. So, jetzt. Komm. Ich nehme das Medipack. Boah, ich bin übelst schlecht gerade, aber... Es macht Spaß, dieses Level auf jeden Fall. So, jetzt. Und... Die haben mich schon wieder getroffen. Warum? Warum treffen die mich immer? Scheiße, Mann. Ich muss einfach irgendwie ein... Moment. Bam, bam, bam. Einfach den Pfeil abwarten. Genau, jetzt. Nee, auch nicht. Oh, ist das gemein, ey. Dann irgendwie hier zwischen. Oh, ich hänge voll hier unten fest, ey. Fuck. Und hoch mit dir. Ja. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich bin wieder oben hier. Und zwei Items genommen wieder. Ah, da ist der Gegner. Oh mein Gott. Hau ab. Ah, Penner, ey. Nur weil der Spasti mich entdeckt hat. So, jetzt halte ich da bitte fest. Oh, Mann, ey. So, und? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Spasti? Was machst du? Hallo? Hä? Wo ist der? Der ist auf einmal weg. Okay. Okay. Ah, was? Ah. Boah, hab ich mich erschrocken. Boah, scheiße. Ich meiß ne Bombe rein. Oh. Fuck. Was soll das denn? Ne, das bringt nichts. Oh, Gott. Boah, hab ich mich erschrocken. Ha. Das war ja heftig. Ah, okay. Da muss ich mit Kletterhaken arbeiten. Ich verstehe. Oh. Uh. Alter. Ne. Boah, was ist das? Äh. Wie soll ich da rüberkommen? Es bleibt ja nur so. Äh. Oh. Alter Schwede. Was ist das denn hier? Das ist ja übelst krass hier. Boah. Also das ist, äh. Ne, keine Ahnung. Ich sterbe gleich, ey. Boah. Ich sterbe gleich irgendwie, total. Also mittlerweile bin ich echt froh, wenn ich hier nur durchkomme, irgendwie. Es muss auch kein Großmeister sein. Ich will hier nur weg. Oh. Oh nein. Na, jetzt sterbe ich. Jetzt sterbe ich. Ja, toll. Jetzt skripier ich hier. Ja. Super. Shit, Mann. Scheiße. Ich hab auch drei Blas. Äh. Moment. Warum geh ich denn da überhaupt lang? Ich bin so ein Vollidiot. Ich geh... Warum geh ich da überhaupt lang, wenn es hier einen Weg gibt? Oh. Ich Idiot, ey. So gut, hier ist ein Loch, ne? So. Ja, hier sind nämlich Falllupen. Seht ihr das? Boah. Ist das heftig hier. Ist das krass hier. Aber ich geh erstmal hier raus, ey. Geh hier weg. Komm. Boah. Nie wieder in so eine Scheiße reinfallen am besten. Aber die Frage ist schon wieder, wo muss ich hin? Wo muss ich hier schon wieder hin? Das gibt's hier wohl nicht. Das gibt's hier wohl nicht. Ja. Das gibt's hier wohl nicht. Aber hier unten ist die Scheiß-Stelle, ne? Aber hier geh ich mal hin. So. Ah, geradeaus weiter. Ah, jetzt ist er da... Auch noch ein Gegner. Jetzt ist er auch noch ein Gegner. Geh weg. Spaß dir, ey. Ich hasse dich. Ah, okay. Oh, ja. Natürlich. Was soll ich jetzt hier wieder machen? Was ist das? Was ist das? Hallo. Moment mal. Oh, Gott sei Dank, ey. Boah, was war das denn für... Boah, das ist ja... Das ist ja fast nicht mehr Tengshu. Das ist doch nicht mehr normal. Leute, Leute, Leute. Also... Leute, Leute. Was macht ihr hier mit mir? Das wird schon wieder eine sehr lange Folge. Ja, ich weiß. Aber... Stopp. Da links. Da links, da ist irgendwo einer. Ja, da vorne. Und der hat sich gerade rumgedreht. Und... Zack, wickelt hier. Ich hab die Zeichen voll verdammt. Sehr schön. Boah. Hui, 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 hui. Genau. Zack. Oh, wie geil. Man kann an der Decke klettern. Hier ist der... Kling to ceiling. Oh, down der R1-Button. Weil... Ah, geil. Okay, das probiere ich mal aus. Hahaha. Wie geil. Man kann hier hoch... Hier oben rumklettern. Yo. Wie geil. Hahaha. Cool. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, Mann. Wie geil, man kann an der Decke klettern. Okay, ich verstehe. Ah, da vorne. Alles klar. Geh da hin. Bitte, bitte, bitte lass dich nicht da runterfallen. Oh, Gott sei Dank. Alles klar. Oh, da geht's... Uff. Alter Schwede. Und weiter. Und weiter. Was soll ich jetzt hier machen? Das ist einfach nur der Tod, oder was? Ah, Moment. Ne, ne, stopp. Oh, das ist... Alter Schwede. Da oben. Halt dich da bitte fest, ey. Oh, Gott sei Dank, ey. Ah, da ist noch eine Falle. Oh, Gott. Hä? Ah, da sind diese Typen. Okay. Oh, das ist aber Trials-mäßig jetzt. Also, so... Shadow Man oder so. Oh, Mann. Wie soll ich denn das machen? Da ist ein Gegner. Was ist das? Was ist da ein Heiltrank? Nimm die Waffe und nimm das Schwert wieder. Ich will den Heiltrank haben. Komm. Oh, Gott sei Dank, ey. Da oben war irgendwo ein Gegner. Boah. Alter. Da ist er. Da ist er. Oh, natürlich sieht er mich, ey. Ja, wie soll ich denn das abteilen? Das geht nicht. Egal. Komm, hau ab. Mir ist die Statistik im Moment so scheißegal, ne? Ich will einfach nur hier durchkommen. Ich will einfach nur irgendwie hier durchkommen. Puh. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's, ja. So. Ich habe ja immer mein Mikro gerichtet hier. So. Dann gehen wir hoch hier. Ah, Endgegner. Sehr schön. Okay. Ich mache mal einen Zwischenspeicher, weil das will ich mit Sicherheit nicht nochmal spielen. So. Cutscene, Junge. Prinzess. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Willkommen, Rikimaru. Why did you kidnap Princess Kiku? Why? People always ask why. But they never ask. Why not? They only see one angle. They fail to see the truth. Arise, Mahime! Let's teach him the truth! They don't use these items. So, then, zack, zack, zack! Then I'll give you a bomb. And... I'll give you a bomb! Here, you have a bomb! Zack! Lauf! Oh, man! Oh, Junge! Der hat eine Kanone! Halt auf! Trink! That's the Mucke von... Ah, that's the Mucke von Unikage! I'll give you my items! Why do I lose my items? An dem! Aua! Ab! Ey! Wow! Was? 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 Oh, ich hab hier grad irgendwie Bugs oder sowas. Keine Ahnung. Oh Gott! Hör auf damit! Hör auf mit dem Scheiß! Boah! Ich hatte grad irgendwie Bugs gehabt. Ah, Mann! Es schmeißt die Bombe in dem... Ja! Ah, ist die Mucke wieder, geil! Und weiter geht's! Und zack! Weg mit dir! Oh, geschafft! Ah! 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 Penner! Da ist die Prinzessin sehr schön! Ah! Oh! Ist die Süß! Oh! Oh! Und jetzt kommt's. Ah ne, ist ne Cutscene noch. Okay. So, Kimaira hat fallen. Jetzt kommt's, Linia oder so. Wetten? Ich hab die Items nicht benutzt. Ja, scheiße. Noch schlechter als Linia. Oh man. Ja, das Level war auch richtig mies. Also muss man ja ehrlich sagen. Ich tue das mal schnell weg, ja. Das Level war richtig scheiße. Muss ich ehrlich sagen. Also das... Nee. Nee, das war... Das war nix. Das war... Tut mir leid, wenn es eine Fail-Folge ist, aber... Ja. Keine Ahnung. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mehr zu erreichen, aber... Ja. Blöd gelaufen. Muss man ehrlich sagen. Ressai erklärt, dass es zwei Möglichkeiten gibt, um die Isaioi-Sword zu reparieren. Eine Möglichkeit ist, es zu versuchen, mit dem Stil Ressai auf der Hand zu reparieren. Das andere ist, um den Stil aus einer anderen Spur zu reparieren, der so stark wie die Isaioi-Sword ist, wie der Shochisto. Aber die Stil aus einer anderen Spur zu reparieren kann einen Effekt auf der Kraft der Isaioi-Sword hat, den man nicht betrachten kann. Die Isaioi-Sword haben dir eine Wahl gegeben. Jetzt wählst du wiser. Oh Gott, wir sollen eine Entscheidung machen. Oder was? Ne, keine Ahnung. Naja. Gut. Ja. Wie ihr gesehen habt, unser Schwert ist kaputt und wir sollen es reparieren lassen. Und wir haben die Wahl zwischen einem normalen Stahl und einem sehr mächtigen Stahl. Aber dessen Nebenwirkungen sind nicht vorhersehbar. Und genau, das machen wir wohl beim nächsten Mal. Jo. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht mal wieder. Und jo. Dann würde ich sagen, würde ich das jetzt zusammenschneiden und würde mich über ein Feedback freuen. Und jo. Wenn es euch gefällt, gebt mir ein Like oder ein Abo. Und jo. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen bei der Fail-Folge. Und dann würde ich sagen, jo. Sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Tschüss, tschüss.